Willkommen liebe Freunde zum zweiten Teil meines Heiler-Schamanen-Guides zu Shadowlands. Wir stehen in der Feuerprobe. Schauen wir uns das Ganze mal im Kampf an. Hier nochmal zur Erinnerung, das sind die Waffen meiner Wahl. Das ist Meister Rotun, das ist die Prüfung in Gold. Das ist die Gruppe, die wir behalten müssen. Und wir fangen einfach mal damit an, den Erdschild auf den zu machen. Und wichtig ist, euer Wasserschild immer auf euch selbst. Ja gut, der geht immer nur auf euch selbst. Ansonsten kann man ganz locker anfangen, am besten so mit Springflut, weil dann habt ihr auch direkt eine Flutwelle alles parat. Ansonsten fangen wir mal ganz simpel an, so mit der Kombi Springflut und Welle der Heilung. Da seid ihr gut mit bedient für den Anfang. Immer schön darauf achten, dass auch der Erdschild beim Tank schön oben ist. Und dann macht ihr da zu Anfang erstmal einen ganz lockeren Einstieg. Machen wir hier einmal Energieblitz, also Totem der Energiespeicherung. Das bewirkt halt, dass sie geschockt werden. Ah, jetzt kommt auch mal ein bisschen was auf die Gruppe, das ist auch schön. Dann sieht man auch mal so ein bisschen die Kettenheilung. Und schön das Ziel oben heilen. Den Take. So, und da das jetzt ist, würde ich sagen, schauen wir uns mal das Totem des Wolkenbruchs an. Also ich werde jetzt ganz normal heilen. Ich werde jetzt auch mal den Überlebenskünstler Solida nicht heilen. Dass ihr da gleich mal die volle Wirkung seht. Okay, jetzt doch. Da das Ding noch steht unter, seht ihr es. Heilung auf alle. Wunderschön. Wie gesagt, ganz simpler Move. Aber dennoch sehr effektiv. Und auch eine schön geringe Ablenkzeit. Das ist auch nicht ganz zu unterschätzen. Übrigens, die Springflut heilt auch von so aus noch ein bisschen. Deshalb müsst ihr da nicht dann immer nachlegen. Jetzt nehmen wir nochmal das Totem des Wolkenbruchs hinzu. Und hier über der Facecam seht ihr auch mal so einen kleinen HPS-Wert eingeblendet. Habe ich natürlich nichts zu saufen dabei. Okay, das ist jetzt das Totem der Heilungsflut. Wer so in der Nähe ist, wird geheilt. Auch nochmal ganz schön, gerade wenn man so, ich sag mal ein Rage-Camp hat. Range, nicht Rage. Gut, den schicke ich jetzt hier das Däne-Totem hinterher. Gut, jetzt bräuchte ich das Wolkenbruchzeit. Um wirklich hier die Gruppe auch noch heilen zu können. Ah, jetzt habe ich ein bisschen... Ah, nee, doch nicht verzockt. Sehr schön. Aber ich brauche Mana, deswegen Totem der Manaflut. Du bist dran. Ihr könnt auch hier das Ding des Energieflusses nutzen, um euch mal eine Atempause zu verschaffen. Auch nicht das Schlechteste in manchen Situationen. Und du schön brav, Gruppchen beschützen. Sehr schön. Und jetzt warten wir mal so ein bisschen, dass ich das Mana auch mal regenerieren kann. Treten auch mal ein bisschen auf die Bremse. Ah, jetzt kommt's. Ist halt wie gesagt alles so ein bisschen auch basic. Geht halt mehr auf die HPS ein, als zum Beispiel... Ja, andere Klassen... Wobei sie hat halt auch Schutzzauber. Jetzt nicht nur HPS. Wir schaffen das auch wieder ans Mana ranzukommen. Keine Sorge, Friends. Da wird nichts passieren. Jetzt seht ihr durch so ein bisschen auch mal so unfreiwillig, freiwillig, wenn man es halt nicht gut koordiniert, wo dann auch mal so eine Schnellfluthöne führen kann. Wenn man damit halt nicht aufpasst. Deswegen auch mit dem Talent eher so ein bisschen vorsichtiger sein. Ich hab's jetzt halt wie gesagt nicht drin. Okay, jetzt haben wir mal Zeit, ein bisschen Mana zu regenerieren. Und wir haben gleich unser Totem der Manaflut wieder. Das ist auch ganz wichtig. Erste Schadenswelle fangen wir mal so ab. Und ansonsten immer schön fleißig unterstützen. Nehmen wir auch mal die Wasserass-Tendenz dazu. Hey, ich hab die doch gebannt. Jetzt warten wir noch schön die letzte Welle ab. Wir können auch mal unsere Totems hier ein bisschen zur Hilfe nehmen. Die machen ja auch noch ein bisschen Anheilung. Also da gibt's verschiedene Sachen, mit denen ihr arbeiten könnt. Ihr könnt mit den Totems arbeiten, ihr könnt mit der Ascendenz arbeiten. Werdet kreativ. Wenn er seinen Wutanfall bekommt. So, das müsste jetzt so gleich der Fall sein. Okay. Dann machen wir das anders. Dann unterstützen wir deinen Wall eben. Ihr könnt das, äh, Totem hier auch übrigens immer so schön nebenbei laufen lassen. Ähm, da passiert nicht viel. Ist halt immer so passiv und geht halt auch auf ein Ziel ziemlich gut. Also deswegen ist da so Wolkenbruch einfach so genial. Komm schon. Ja, jetzt haben wir leider Mana-Probleme. Normalerweise sieht das besser aus. Gebe ich zu. Aber wir haben noch andere Möglichkeiten, um da zu helfen. Können den Gegner stunnen. Also seht ihr halt auch mal, wie man so auf Mana-Probleme regenerieren kann. Aus einem Fehler kann man auch eine Chance machen. Gut, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Ganze im Kampf aussieht. Das Einzige, was ihr halt nicht gesehen habt, ist so Totem der Geistverbindung. Ähm, beschwört ein Totem am Zielort, das sechs Sekunden lang bestehen bleibt. Das Totem verringert den erlittenen Schaden aller Gruppenmitglieder um zehn Prozent. Und alle, und jede Sekunde wird die Gesundheit unter den Spielern ausgeglichen. Das heißt, was ihr so an Gesundheit habt, eure ganze Gesundheit wird in einen Topf geworfen. Und diese Prozentzahlen gleichen dann aus. Zum Beispiel, ähm, ich hab 100 Prozent, der Tank hat 50 Prozent. Dann haben wir beide nur noch, nähern uns der 75 Prozent an. Das ist so die Idee dahinter. Ähm, ja, ich glaub zur Geistreinigung hat man gesehen, muss ich nicht viel sagen. Ansonsten, wie gesagt, hier die Totems, viel die Totems. Ascendenz habt ihr gerade gesehen, ihr habt jetzt alles auch mal gesehen. Probiert es einfach mal selber aus. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Gut. Und ansonsten war's das von unserem Heiler-Schamanen-Guide. Jetzt seid ihr dran tatsächlich. Schnappt ihn euch. Probiert ihn aus. Wie gesagt, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Es ist eine schicke Klasse. Sieht gut aus. HPS, Schutz, Zauber, alles dabei, was ihr wollt. Und ja. Dann danke fürs Zuschauen. Lasst ruhig einen Daumen nach oben da für mehr informative Guides. Und ich sag dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.